Sie möchten Ihr digitales Bücherregal mit neuen Geschichten befüllen? Mit Ihrem E-Reader können Sie jederzeit und überall den Online-Shop Ihres Tolino-Buchhändlers besuchen und neue E-Books und Hörbücher kaufen und herunterladen. Tippen Sie hierzu im Startbildschirm in der unteren Navigationsleiste Ihres Tolino E-Readers auf Shop. Stöbern Sie in unterschiedlichen Kategorien oder geben Sie direkt Ihren Wunschtitel in die Suchleiste ein. Haben Sie Ihren Wunschtitel gefunden, können Sie diesen direkt kaufen. Ihr gekaufter Buchtitel wird automatisch in Ihre persönliche Bibliothek heruntergeladen. Sie sind unterwegs und haben Ihren E-Reader zu Hause vergessen? Kein Problem! Ihre gekauften E-Books und Hörbücher stehen Ihnen dank der automatischen Synchronisation über die Tolino-Cloud auch in der Tolino-App zur Verfügung. Sie können Ihre Bibliothek auch manuell synchronisieren. Tippen Sie dazu einfach auf die zwei kreisenden Pfeile oben rechts in der App. So sind Ihre zuletzt gekauften Titel auch auf dem Smartphone oder Tablet verfügbar. Sie sind auf der Suche nach neuer Leseinspiration? Auf Ihrem Smartphone finden Sie in der Tolino-App Empfehlungen Ihres Buchhändlers. Öffnen Sie hierzu die Startseite und klicken Sie auf Entdecken. Nun werden Ihnen spannende E-Books und Hörbücher vorgestellt, die auf Ihren Geschmack zugeschnitten sind. Jede Empfehlung können Sie in der App kostenlos Probe lesen oder hören. Gefällt Ihnen der Titel? Bei einem Android-Smartphone kopieren Sie den Link in Ihren Browser und kommen so direkt in den Shop Ihres Buchhändlers zum gewünschten Titel, den Sie nun bequem kaufen können. Bei einem iOS-Smartphone kopieren Sie mit einem Fingertipp die E-An und gehen über den Browser auf die Seite Ihres Buchhändlers. Dort können Sie über die Suchleiste die E-An Ihres Wunschtitels einfügen und gelangen so zum gewünschten E-Book oder Hörbuch. Öffnen Sie nach dem Kauf erneut Ihre Tolino-App und Ihr gekauftes Hörspiel oder E-Book steht Ihnen automatisch in Ihrer Bibliothek zur Verfügung. Wussten Sie schon, dass Sie E-Books auch über den E-Reader mobil laden und kaufen und herunterladen können? Sind Sie auf Ihrem E-Reader bei Ihrem Buchhändler angemeldet, können Sie deutschlandweit auf Millionen von Hotspots der Deutschen Telekom kostenfrei zugreifen. So können Sie egal ob mit E-Reader oder App auch unterwegs neue Geschichten entdecken und in Ihnen versinken.